Ich heiße Winfried Lorenz und bin 63 Jahre alt und ich habe bisher in einer kleinen Druckerei gearbeitet und die bin ich jetzt aber dabei, die aufzulösen, weil ich keine Zeit mehr dafür habe und weil es mir wichtiger ist, Dinge gegen die Klimakatastrophe zu unternehmen. Ich heiße Julian Huber, bin 18 Jahre alt und wohne in Berlin, wo ich aktuell Mathematik studiere. Ich bin Judith, ich bin 42 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern, war bisher freiberufliche Kommunikationsdesignerin. Die erste Motivation ist natürlich zu sehen, dass die Regierung nicht die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen umsetzt, die es braucht, um aufzuhalten, dass wir halt in einen kompletten Klimakollaps geraten. Und wir in einer Welt leben voller Ressourcenkriege und Klimaflüchtling und weiterem und ich mit dem Gewissen, auf dem Gewissen haben muss, all die Menschen, die da sterben. Ich bin in der Situation, dass ich ja schon über 60 Jahre alt bin und eigentlich in meinem ganzen Leben es richtig gut hatte. Und unser Konsum und unsere Lebensweise, die sind einfach eine der Hauptursachen, dass wir jetzt so im Schlamassel sitzen und die Klimakatastrophe auf uns zurollt, beziehungsweise in Teilen, vor allem im Süden, einfach auch schon da ist. Also einfach zu wissen, dass wir uns trotz der letzten Jahre, Jahrzehnte von Warnungen, von WissenschaftlerInnen weiterhin auf diesem Kurs befinden, der in die komplette Zerstörung unserer Lebensgrundlagen führt und dass dennoch, also auch bei der Klimakonferenz, keine konkreten Maßnahmen beschlossen werden. Und Gleichgültigkeit oder das Wegschauen eines Großteils der Gesellschaft, zu wissen, dass jeder Tag, jede Woche, jeder Monat, der vergeht, ohne dass gehandelt wird, uns dieser kritischen Grenze näher bringt, an der wir halt einfach gar nichts mehr ändern können, an der wir das halt nicht mehr aufhalten können, dass die menschliche Zivilisation zerstört wird. Das primäre Gefühl, was ich in Gewahrsam hatte, war Langeweile, weil es doch eben sehr wenig zu tun gibt im Gefängnis. Man hat zwar drei Stunden Zeit, die man mit anderen inhaftierten Aktivisten verbringen kann, aber dann bleiben halt immer noch 21 Stunden im Tag, die man irgendwie rumkriegen muss. Also wenn man diesen Austausch mit anderen Leuten hat, das entschädigt schon sehr viel für den Rest der Zeit, die man da alleine auf der Zelle ist. Ja, jedes Mal ist die Situation natürlich, eingesperrt zu sein, fühlt sich erst mal richtig doof an. Man kann nicht frei über seine Zeit verfügen, was man tun möchte. Sehr viel gelesen, sehr viel geschlafen. Auch so dieses Gefühl, dass jederzeit jemand an die Zelle kommt, das ist schon etwas, was so ein Spannungsgefühl erzeugt. Trotzdem weiß ich natürlich, dass ich und wir unheimlich privilegiert sind. Ich kann einen friedlichen Protest ausführen und das ist sozusagen das Schlimmste, was erst mal passieren kann, dass ich bis zu einem Monat im Gewahrsam genommen werde. Wir sind auch nicht verhungert, das Essen war okay. Es gab nie etwas, wo man sagen muss, okay, das will ich gar nicht essen. Das Schwierigste daran war für mich das Rauskommen und das Wiederankommen in der Gesellschaft, weil man doch einige Sachen verlernt oder es einfach nicht gewohnt ist, dass man sich zum Beispiel um sein Essen kümmern muss. Jeden Tag wird zweimal vor die Tür Essen gefahren und das nimmt man eben entgegen und dann ist es fertig. Wenn ich überlege, dass es in anderen Ländern viel krassere Repressionen gibt, dass Menschen wirklich jahrelang ins Gefängnis kommen oder sogar umgebracht werden für ihren Widerstand, dann sehe ich natürlich schon, dass es auch absolut meine Pflicht ist, in den Widerstand zu gehen und auch dann die Konsequenzen zu tragen. Sonst war es halt teilweise langweilig, zum Teil hat man sich halt abgelenkt mit Fernsehen gucken oder Sudoku spielen oder lesen und dann ging das vorbei oder vorüber. Ich werde nicht damit leben können, zu wissen, ich habe mitzuverantworten, wie viele Menschen an der Klimakrise sterben. Ich kann nicht damit leben, mit dem Wissen, dass es damals für mich wichtiger war, nicht ins Gefängnis zu gehen als das Leben dieser Menschen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist entweder ein Knast und da hat sich in der Tat mein Verhältnis ein bisschen dazu geändert durch diese fast zwei Monate, die ich da drin war, dass das den Schrecken verloren hat in einer gewissen Weise. Ich bin auf jeden Fall immer bereit, wieder in Aktion zu gehen und auch in München in Aktion zu gehen und wenn dann die Folge davon ist, eine weitere Präventivhaft in Kauf zu nehmen, dann würde ich das auch in Kauf nehmen. Ich bin mir auch bewusst, wie unwahrscheinlich es ist, dass wir in unserem Vorhaben letztendlich innerhalb von ein paar Jahren einen solch massiven gesellschaftlichen Wandel anzustoßen, wie unwahrscheinlich das ist. Aber dennoch will ich nicht sagen müssen, ich habe es nicht versucht. Es geht einfach um das Überleben der Menschheit und da hilft es nicht, den Kopf in den Sand zu stecken und zu warten, dass es vorüber geht, weil wenn wir das weiter tun, dann werden wir einfach in einem Jahr oder in zwei Jahren den Punkt überschritten haben, wo überhaupt menschliches Handeln noch was gegen die Klimakatastrophe unternehmen kann und das möchte ich echt nicht erleben. Und das ist ein paar Tage, weil wir ja nicht noch was gegen die Klimakatastrophe unternehmen kann. Aber wir können uns nicht sehen, dass es nicht mehr wie eine Klimakatastrophe unternehmen kann, aber wir können uns nicht mehr überlegen, dass es nicht mehr als erstes ist, dass es nicht mehr als erstes ist, sondern mehr als erstes ist. Und das ist nicht mehr als erstes ist, dass wir uns nicht mehr als erstes sind. Vielen Dank.